Ich bin gleich und wir stehen jetzt da leider vor dem Winter, so ein bisschen kurz warten. Wir sind vorbei jetzt. Wir werden ein paar Liedeln sehen. Der Uwe hat es ja auch schon gesagt, dass wir uns die Berliner immer wieder mal hören müssen. Wir sind schon seit 30 Jahren zusammen, sind auch eher liebe, viele Jahre hinten bei Gärtenburg-Livoburg. Dankeschön. Vor mir. Und statt 92 das erste Mal. 1980, 1990, kann man jetzt sagen. Das heißt, wir waren auch gemeinsam eine Zeit in Palermo. Und er hat das ja auch in Palermo eben gesehen. Es gibt da wahnsinnig viele Tiere, die waren tote Tiere, aber auch gerettete Tiere, auch Vögel, die man rettet. Das gab es in diesem Film von Uwe. Und hier sehen wir auch ein Tier, also der, das ist so eine halb Ente, halb Adler, soll es wohl sein. Ein Schwan. Ein Schwan. Ein Schwan. Und das ist ein wunderschönes Beet. Ja, finde ich auch. Und das ist Jimmy. Und das ist Joe. Und jetzt Applaus für uns zwei Superhelden. Und jetzt applaus für uns zwei Superhelden. Dann gekannst mir mich von den Berlin-Brands-Brands undemis. Das ist uns bevor da schön, besser als die Sonne von den blauen Berlin-Brands. Sing und ja, 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 ich bin der B-Jährige. Sing und ja, 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 ja. Singin' ya ya, yuppie yuppie Singin' ya ya, yuppie yuppie